Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Echo. Das ist ein krasses Spiel und mein Haus viel zur Hälfte. Das ist ein krasses Spiel und mein Haus viel zur Hälfte. Das ist die traurige Nachricht, die ich euch geben soll. Das hat sich gerade so komplett verstört angehört. Es ist verstört. Okay, ich brauche mal kurz deine Hilfe. In was? Kannst du mir helfen, Boden auszuheben? Mein Haus ist eins zu niedrig. Siehst du aus? Ja. Ich muss schon mal mein Haus auf die Reihe kriegen. Auf die Reihe? Ja. Welche Reihe? Die eine Reihe. Du weißt schon, die eine. Ah, die eine meinst du? Ja. Und ich brauche noch Stone Construction, damit ich die Fenster aus Stein machen kann. Ja, sag Bescheid, wenn ich anfange zu legen, dann mache ich den Download aus. Okay. Oh, I'm too hungry to work. Oh, mein Hammer ist kaputt. So, mein Haus müsste jetzt schon zur Hälfte aus Stein sein oder irgendwie sowas. Dein Haus sieht gerade irgendwie sehr interessant aus. Bis zur Hälfte, Sternhälfte, Holz sieht sehr interessant aus irgendwie. Durchaus. So, ich brauche fünf Steinen. Jetzt gehe ich round. Äh, okay, nee, ist es nicht die Hälfte, ist es nicht mal ansatzweise die Hälfte. Echt nicht. Es ist vielleicht ein Drittel. Okay. Also, was willst du machen? Können wir eigentlich unsere Lager miteinander verbinden? Die sind zu weit weg, glaube ich. Das kann sein. Ja, höchstwahrscheinlich. Das wäre eigentlich sonst recht geschickt. Was willst du machen? Äh, ich wollte einfach nur den Boden einen tiefer legen. Ah, ich verstehe. Äh, ich meine, ein bisschen eng, oder? Entangriert höher. Im We-Schütze zu zweit geht das halt schneller. Kann ich irgendwas essen, das du hast zum Essen? Ja, nimm mal einfach. Ich hab auch Fisch für dich, wenn du möchtest. Und wo liegt der Fisch? In meinem Inventar. Ich soll, ich brauch mehr Truhen. In einer von beiden Truhen liegt es. Ich weiß grad nicht welche. Ich hab's grad gehabt. Bei mir stehst du einfach auf meinen Treppen. Ah, jetzt bist du da hinten. Der ist schalten, ein bisschen laggy. Wie viel Ping hab ich denn gerade? Das muss kaum auf mir liegen. An sich geht's, ich hab nur 41. Ja, das kann auch auf mir liegen. Immer du mit deinem schlechten Internet. Ja, also, immer die Leute hier. Ich hab langsam auch kein Essen mehr. Ja, ich hab's gesagt, die ist für diese Garten, wenn wir uns irgendwann unser Leben retten. Das muss doch nur noch wachsen. Ich hab's wirklich gar nichts mehr. Aber die liegt haufenweise Essen. Oh, das ist nicht Chariot Corn. Aber sonst hast du so viel Essen verworst. Scheinbar schon. Keine Ahnung. Eins tiefer legen willst du, scheiße. Ja. Wo soll ich die Erde reinlegen? Einfach in meine Storage rein. Ja gut. Die Erde braucht man später noch für den Ding Farmers Table. Achso, ja, dann ist ja gut. Da, schnell was positiv ist. Ich weiß selbst nicht, warum der Farmers Table Erde braucht, aber... Damit du farmen kannst auch Erde. Das ist die andere Sache, aber... Ist halt so, oder? Ja. Ui, jetzt hab ich die Erde von da unten irgendwie rausgenommen. Immer in Lager ist halt irgendwie so die Mischung aus allem, kann das sein? Ich hab zwei Lager und die sind so halbwegs ne Mischung. Ich hab immer noch eins. Obwohl, eigentlich hatte ich mal zwei, aber das zweite ist irgendwie weg. Oh. Eliminiert. Weißt du, bei mir... Bei mir despawnt irgendwie so ziemlich alles. Ja, das macht keinen Sinn. Ich fühl mich wie in den Minecraft Beta Tagen. Das ist ja die Beta Version vom Spiel, also. It makes sense. Ich komm nicht mal runter in mein Haus. Das ist... Das ist spannend, was ihr tunst. Das ist mindestens so spannend, wie bei dir Steine wegmachen. Ja, das ist genauso spannend. Ich meine, wir laufen hin und her. Und... Tragen Erde. Und kriegen Erfahrungsmute dafür. Ja, das ist das einzig Spannendste. Wir können ja... Du kannst ja so spannende Musik jetzt einfügen. Okay. Spannende Musik läuft ab jetzt. Du bist nicht so richtiger Bullshit. Ja, klar. Auropo, ich hab gehört, du kannst Rayman Musik in anderen Parts verwenden. Kann ich auch. Du gehörst, sie fällt nicht unter Copyright. Tut sie auch nicht. Wieso wie jede Musik von Ubisoft. Ganz soft? Ja. Also nicht jede. Du musst gucken... Rayman ist ja von Ubisoft, das hab ich ganz vergessen. Du musst gucken, ob die Musik von Drittentwicklern ist. Ich hab ganz vergessen. Oh! Das musst du übrigens auch zinsieren. Natürlich zinsiere ich das. Ich zinsiere alles. Ich zinsiere einfach alles, was du sagst. Alles, was ich sage. Der ganze Part ist ein langes Piepen. Ich hab einmal in meinen Alten auf dem Leitenkaner hab ich einmal in Minecraft Stumpfilen gemacht. Meine Großmutter hat im Hintergrund den Staub gesaugt und die könnte so rum die Tür zuzumachen. Das war schlau. Ich mach ein Stumpfilen-Episode, mit 15 Minuten kürzer als meine normalen Parts. Ja gut. Lustigerweise war das mein meist aufgerufenes Video. Du brauchst mir die Erde wegklick, die ich auf die Treppe hingestellt hab. Oh. Das ist mir... Juck. Was? Es ist einfach nur Erd. Ja, passt schon so. Hey, guck mal, wir haben einen Stein hier gefunden. Ja, ist doch nice. Es ist gar nicht so unterschiedlich von deinem Part. Du kannst direkt wieder den Stein anfangen. Ich schnauze. Ja, wenn ich irgendwann mal ein zweites Untergeschoss möchte? Nein. Werd ich wahrscheinlich nie. Ich glaub, ich werd einfach nach oben ausbauen. Wäre um einiges intelligenter. So, ich glaub, wir sind fertig. Ja, nur was kann ich dann selber machen. Der Boden, das ist das Hauptproblem gewesen, weil der dauert am längsten. Jetzt muss ich noch einmal die Bände außenrum machen und dann bin ich fertig. Das ist schkohle. Das ist schkohle. Ah lol, das ist schkohle. Ist schkohle wichtig? Nein, nein, nein. Das ist nicht wichtig. Das braucht man nicht. Warum baust du das denn ab? Du musst es nicht fahren. Okay, warum baust du das denn ab? Warum krieg ich Erfahrungspunkte dafür, dass du das abbaust? Da war keine Kohle. Das ist nur Stein. Aber was braucht man nochmal Kohle? Ich hab keine Ahnung. Ich nehm sie einfach mit. Ich behalte sie einfach, falls ich sie brauche für irgendwas. Ich mein, ich leise mich mit dir aus. Oder so ähnlich. Und gib es nicht mehr zurück. Es ist nicht mein Grundstück, also. Oh, Eisenerz. Dichter drunter. Oh, ich hab keinen Raum im Inventory. Das was ich mach mal einfach schnell ins Weitere Pause. Gute Idee. Ich mein Stockpile. Wir haben so viel Erde da drinnen. Es ist so viel Erde. Da kannst du irgendwas anfangen. Du kannst übrigens Erde als unterirdisches Lager machen. Also einfach unterirdisches und Stockpile aufstellen. Weil die Erde, die passt sich an die Erde drumrum auch an. Das heißt, am Ende sieht es einfach aus, die stinkt um alle Erde, aber du kannst sie direkt rausholen. Alles klar. Das kann bei mir hier auch sehen. Bei mir hat sich die Stockpile. Bei mir ist sogar die Erde, die im Stockpile... Wo ist die ganze Kohle hin? Da gibt es keine Kohle. Bei mir hat sich sogar die Erde, die im Stockpile liegt. Da ist Gras... Hey, da ist im Raum gewachsen. Da ist Gras drübergewachsen. Alles klar. Stockpile duftet gleich. Ja, perfekt. Oh, ich hab noch Kerzen. Willst du noch eine Kerze? Nein. Ich hab noch vier Stück. Ich hab noch die Zeit, wo es Minecraft-Lieder gab. Nein. Oh, das waren keine guten Zeiten. Ich erinnere schon an die Zeit, wo die Kohle hatte. Kohle, 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 Kohle. Ähm. Kohle, Kohle, da, da, da. Ich glaub, ich sollte mir ein drittes Lager bauen. Das dritte Lager müsste für die Erze oder so Zeug sein. Das wär, glaub ich, ne gute Idee. Aber das ist jetzt irgendwie so den Nutzen, dass ich mir jetzt ein zweites mache. Ich hab das Gefühl, du bist hier in das Spiel sehr viel effektiver als ich. Hey, du klauschst das Eisen. Das ist aber doch mein Eisen. Nein. Ich hab's gefunden, okay? Ey, du booh! Was ist das? Mein Spielzeug ist kaputt. Ha! Och, Mann. Und von welchem Eisen Rädeschlüssel? Da ist kein Eisen. Das wirst du das Recht, da ist kein Eisen. Was tun Sie da? Ich hab kein Eisen von Ihnen. Ich hab mir kein Eisen, ich hole mir das Holz. Ach so. Es wird Zeit, meinen Boden einzulegen. Stimmt, wäre eine gute Idee. Ich glaub, wir haben gleich eine tiefe Etage, weil wir das ganze Eis Eisen hier rausnehmen. Weißt du was, hier mach ich mir einen kleinen Lagerraum rein. Ey. Don't build me up. Nein. Ey, ich weiß, das hier ist dein Futterloch. Weißt du, ich komm halt nicht mehr raus, ne? Ey, mein Metall ist voll. Ich war's. Mein Metall ist voll. Ich muss Eis nicht aufstellen. Jetzt bin ich zu hungrig, ich komm jetzt gar nicht mehr raus. Kannst du mich rausholen? Ne, ne, ne. Ne, ich weiß nicht, wie das geht. Mein Hammer ist gerade auch so sehr kaputt gegangen. Kannst du ein Holz oder so entfernen? Dann komm ich raus. Ich bin ganz höll. Jetzt mach doch das Ding auf. Es ist so gut. Ja, weißt du was, ich hab für dich, du hast recht. Es ist jetzt eigentlich dunkel da unten, ne? Nein. Es ist hell sogar. Hä, wieso? Ich komm halt gar nicht mehr raus, ne? Also komplett gar nicht mehr. Ja, echt? Du musst ein Holz ins Fenster, dann komm ich hier raus. Ja, was geht's so ab bei dir? Ich kann nicht mehr schießen, ich bin zu hungrig. Ich bin zu hungrig, um es abzubauen. Ah, es wird nicht einfach da unten. Lass mich raus. Ich komme nicht mehr. Wunderschön. Weißt du, du kommst raus, aber nee. Hä? LOL, wo bist du hin? Man weiß es nicht. Na, dann kann ich ja wieder zubauen, oder? Ja. Damit kein weiterer Schaden entsteht. L- LOL, was? Was? How? Wie, how? Wie bist du da hingekommen, Alter? Ich bin einfach rausgekommen. Durch Geöffnungen, ich bin gerade draußen. Alter, ich hab dich gar nicht laufen sehen. Bist auch ein Idiot. Das auch. Noch zwei Punkte. Weißt du, die Hälfte von ein paar ist einfach jetzt bei mir im Keller verbringen. Ich wurde eingesperrt. Hey, werfst du mal den folgenden Namen? Prank, 24 Stunden in, äh, Dinger, deinen Keller verbringen. Prank, 24 Stunden im fremden Keller verbringen, was? Warte, ist Mr. Trashback eigentlich noch irgendwie relevant? Ich hab hier sowieso nie geschaut, also. Ich auch nicht, aber ist er noch relevant? Keine Ahnung. Ich meine, er war, glaube ich, mal relevant. Komm schon, Skillpunkte, schneller. Oder? War er das nicht mal? Kann sein. Ist ja wirklich keine Ahnung. Geld retten kann man ja dann bauen einfach. Äh, ja. Gut, weil ich hab jetzt knapp 30 Punkte, noch 20 und ich kann endlich anfangen mit Heavenblock Construction. schreien. Oh. Ach ja. Kommt doch um, wenn man seine Nachbarn im Keller einsperrt. Ja. Hab ich doch gesagt, aber nein, du hörst nicht auf mich. Was geht, Nachbar? Ich fahre mir jetzt einfach durchgehend Erde. Der Baum ist schon wieder da. Ja, der ist immer da, der wird nicht mehr verschwinden, außer ich baue irgendwas hin. Also, ich gebe zu, wäre dein Haus jetzt komplett auf Stein, würde es besser aussehen. Ja, ich arbeite da dann, okay? Außen wäre es ganz nett, weil ich brauche mehr Holz. Dann hol dir Holz. Du hast schon Bärme Baumfarm. Hm, eine tolle Baumfarm, bei denen drei Bäume weg sind. Der Hund, die ist immer funktionsfähig. Ich weiß, aber es ist nervig, wenn die einfach immer despawnen. Ach, ich habe 50 Silchponte. Weil das heißt, keine Rose Construction losgehen, Alter. Ich habe es, ich habe es. Was hast du? Ich habe keine Skillpunkte, um es weiterzulernen. Das ist ein bisschen bitter, oder? Ja. Ups, habe ich auch so sehen, die Kohle irgendwie mitgenommen. Wie ist das passiert? Ich habe gehört, ich habe gehört, im April kommt es. Nein. Es kommt nicht. Das habe ich gehört. Du hast gar nichts gehört. Ich habe gehört, zu Ende März, Anfang April. Wer weiß, wer weiß, was die Zeit so bringen. Wer weiß? Denken sich so, boah, geist, wo ist drei endlich? Welche Fans? Das ist die andere Sache, denn Fans bestehen aus Portugiesen. Die sind gar nicht mehr vorhanden. Irgendwelche komischen, kleinen, fetten portugiesischen Kinder. Ich darf das sagen, weil ich auch klein und fett bin. Oh, ich bin schwarz. Ich bin schwarz, aber ich wäre gern schwarz. Oha, oha, Ansage. Junge, einfach mit schwarz anhat man einfach alle Freiheiten, die man haben kann. Möglich. Hier ist immer noch Tonnen von Eisen. Möchte ich anmerken. Ich habe gerade ein Gebiet für uns weiss Lager aus. Also wenn du das Eisen wirklich nicht brauchst, baue ich es gerade zu. Also, ich werde wahrscheinlich später andere wegkriegen, um Eisen zu kommen. Also jetzt brauche ich es erst recht nicht. Ich dachte, man kann zwei Blöcke hochspringen. Ja, es ist komisch. Weil jetzt kommt, ich kann keine zwei Blöcke hochspringen. Ja, du kacke bist. Nein, mein Charakter ist aber fett. So. Mein Charakter ist schwer übergewichtigt. ich kann jetzt Dirt Ramps machen. Nice. Aber ich habe mich ganz im Hunger, wie viel Uhr haben wir? Nein, ich weiß nicht, ich muss noch warten. Ein Million. Ich habe eine Million an. Das hast du auch schon eigentlich mehr gemacht, eigentlich. sondern eine Million Elite. So, auf jeden Fall. Hier passt noch Stockpail rein. Ich habe so viel Stein. Weißt du, was witzig ist? Was? Ich habe in den letzten fünf Minuten nur was abgebaut. Und habe gefühlt 20 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Ist doch nice. Ne, die sagt es so, es ist nur gefühlt. Ist doch das Problem dran. Also in der Theorie könnte ich noch in einem Skripppunkt könnte ich asphaltierte Straßen machen. Krass. Ich weiß, wann ich wohne und wie, aber ich könnte es machen. Für Asphalt brauchst du Teer. Und ich kann Steinstraßen jetzt machen. Bzw. Stone Ramp. Stone Rampe. Echt? Jetzt wird eine Stone Rampe. Brauche ich aber noch Masonry. Da habe ich 20 Sand noch übrig. Mache ich mal ganz viel Masonry. Wollte zeigen, deine Tür ist weg. Aber nein, siehst du noch da. Das ist ziemlich viel, was ich machen kann. Mal mal 100. 100 passt, oder? Kann ich mehr machen? In vielen Noten habe ich irgendwie 100 Masonry. Ich bekomme 28 von diesen Hue Locks für 20 normale Wood. Ist schon geil. so. Okay. Aber... Da ist der Hammer. Wie das Ganze weitergeht... Ach, halt die Fresse. Das sehen wir im nächsten Part von Echo. Echro... 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 Echro-Picke, Alter. Echro... Okay, lassen wir das... Bitte sag mir, du hast das noch aufgenommen. Ich bin noch mal aufnehmen. Ja! Echro-Picke, Alter. Echro-Picke, Alter.